Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal und heute gibt es endlich wieder mal einen richtig nicen Prank. Denn wir werden heute wieder ein Kron-Battle machen gegen Max, aber was er nicht weiß, dass ich ihn heute komplett auseinandernehmen werde, denn ich habe eine coole Sache am Start. Denn ich werde heute in diesem 30-Minuten-Battle einfach reincheaten bis zum Gehtnichtmehr. Ich werde mir Bot-Loppies erstellen, ich werde rumfliegen. Ich habe auch was ganz Besonderes vorbereitet, das werdet ihr gleich noch sehen. Damit kann ich auch geisteskranke Sachen machen. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo, Max? Hallo, Max? Hallo, Lom. Hä, warum war das so spät? Wie geht's dir? Ich habe gerade einen Paprika gegessen. Achso, du hast einen Paprika... Warum hast du jetzt Paprika? Wir wollten ein Video aufnehmen, Max. Hallo, Max? Der ist einfach Paprika. Max, dann ist er eine Paprika, ich erkläre dir alles. Wir machen heute wieder mal ein Kron-Battle. Du weißt, was das heißt, Max, oder? Ich kann auch gleich alleine spielen, weißt du? Lomm, es hat genickt. Das sehe ich doch nicht. Warte, Lomm, es macht mal kurz eine Bildschirmübertragung. So, Lomm, siehst du mich jetzt? Ja. Hallo. Ich sehe dich, ja. Guck, es hat nur eine Paprika. Ja, genau. Max, halt dich jetzt fest. Wenn du dieses 30 Minuten Kron-Battle gegen mich gewinnen solltest, bekommst du von mir. Bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Schneidst du dich an? Bist du angeschnallt? Gut, eingesteckt, ja? Wenn du das Kron-Battle gegen mich gewinnst, werde ich mir heute noch im Video eine Klatze schneiden. Bist du dafür bereit, Max? Ja, okay. Die Regeln kennst du, das heißt, ich erstelle keine Gruppe, denn wir spielen getrennt. Lomm. Ja. Bist du an den Klatze machen? Wenn ich zu dir komme, dann ja. Aber, Max, du darfst auf keinen Fall cheaten heute, okay? Also ganz normal spielen, keine Bot-Lobbys und gar nichts, okay? Du darfst aber auch nicht cheaten. Nein, Max, du kennst mich. Ich cheate nicht, das weißt du doch. Okay. Okay, dann würde ich sagen... Möchtest du einen Paprika? Nein, aber ich möchte die Runde endlich starten. Okay. Bist du bereit? Wählt ihr einen Skin aus? Ich mache schon mal einen Timer ready, dass wir hier genau auch nur 30 Minuten spielen. Die Runde startet in 3, 2, 1. Und es geht los, Max. Der Timer läuft. Ab jetzt darfst du in eine Runde reingehen und wer in 30 Minuten mehr Siege geschafft hat, gewonnen, okay? Mhm. Ansonsten ganz kurz, ich starte schon mal die Runde, aber du wirst mich, glaube ich, ganz kurz nicht hören. Ich muss kurz mit dem Mikrofon umstecken, okay? Mhm. So, Leute. Ich bin jetzt gemutet. Also, Max spielt jetzt schon mal seine erste Runde. Aber natürlich werde ich hier direkt reinschieben. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde mir als allererstes eine Bot-Lobb hier erstellen. Das heißt, ich gehe auf Gruppe, normales Spiel und dann erstellen wir eine Gruppe. Und jetzt, meine Freunde, zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Und zwar seht ihr jetzt schon, habe ich hier ein richtig krasses Handy am Start. Also, Leute. Das ist das neue Red Magic 8 Pro. Und das ist ein absolut geisteskrankes Handy. Und mit diesem Handy werde ich jetzt hier ganz kurz Dummy Guys erstmal öffnen. So, ihr seht, ich bin da jetzt drin. Und dann gehe ich hier quasi schon mal in die Gruppe rein. Und erstellen wir quasi somit als allererstes meine Bot-Lobby. So, ihr seht, jetzt bin ich mit meinem zweiten Account hier beigetreten. Also, ihr seht, auch hier auf meinem Hauptaccount. Ich bin jetzt hier drin. Aber das Besondere ist, dieses Handy hat geisteskranke Features. Das zeige ich euch gleich noch. Auf jeden Fall kann ich aber auch auf diesem Handy, da das ein Android-Gerät ist, da geisteskranke Sheets benutzen. Das seht ihr auch noch. Natürlich würde ich sagen, als allererstes starten wir erstmal schnell die Runde. Weil sonst holt sich hier Max direkt noch den ersten Sieg, bevor ich es tun kann. Und das wollen wir nicht. Deswegen starte ich auch direkt eine Runde. Und ich entmürte mich jetzt erstmal auch wieder, sonst fällt das bei Max noch auf, wisst ihr? Max, bist du da? Hallo, Lom. Ja, ja, ich war ganz kurz weg. Ich habe das Mikrofon umgesteckt. Aber ich bin jetzt auch da, okay? Lomis, habt ihr die erste Runde verloren? Achso, du hast die erste Runde schon verloren. Das finde ich jetzt nicht so cool, ne? Aber du darfst natürlich direkt eine neue Runde starten, ne? Lomis, ich bin der Erste. Ja, aber wenn du raus bist, geht das nicht so einfach, ne? Hm? Ja, dann starte mal lieber schnell eine neue Runde, Max. Ich bin aber schon in eine neue Runde. Achso, okay. Ich habe natürlich auch schon in den ersten Siegkonten, natürlich, Max, ne? Hier, direkt, hier. Bats! Wirklich? Ja, stimmt wirklich. So, ich bin jetzt nochmal gemutet. Ganz kurz jetzt erstmal. Wir haben jetzt die erste Runde schon mal qualifiziert, aber ich zeige euch jetzt direkt was richtig Nices. Und zwar erstens dieses Handy, Digga, das hat den neuesten Prozessor. Und zwar den Qualcomm Snapdragon 8 der zweiten Generation. Das ist aktuell der schnellste Prozessor. Das heißt, ich habe hier auch einen Geisteskargo-Vorteil, weil ich hier auch ein 144 Hertz-Display habe, was Geisteskargestellereaktionszeit hat. Und jetzt kommt das Beste. Ich kann da sein Android-Gerätes auch hier Cheats aktivieren. Das mache ich jetzt direkt mal. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel erstmal hier meine Kameradistanz geändert. Und ich sehe jetzt einfach schon mal viel mehr, aber wir müssen uns erst mal stellen. Muten, merke ich gerade. So, Max! Ja? Wie sieht es aus bei dir? Lams ist gerade meine Mama reingekommen. Ich darf nicht mehr so laut sein. Was? Was hast du denn gemacht? Es hat, ähm, weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Ja, der hat gerade gesagt, ich muss leise sein. Der Kevin, der muss morgen früh aufstehen. Achso. Ja, okay, alles gut. Aber du musst trotzdem versuchen hier zu gewinnen. Wenn ich mir eine Klatze schneiden soll, musst du gewinnen, Max. Ja, Lams bin rausgefliegt aus der Runde, als ich in den besten 8 war. Ja, dann starte einfach eine neue Runde, Max. Ich starte auch eine neue. Ich habe nämlich auch verloren. Wirklich? Ja. Oh. So, ich bin nochmal gemuted, Leute. Wir haben jetzt auf jeden Fall qualifiziert. Sehr nice. Aber kurz zurück zum Handy, Leute. Was richtig nice ist, ich kann ja auch so ein Game-Mode aktivieren. Schaut mal. Und dann, was, fährt sich das Handy einfach in so einen Gaming-Modus um. Und jetzt bin ich in so einem Gaming-Modus und das Geisteskranke ist hier. Schaut mal. Ich kann hier jetzt quasi so einen Balken da drüben ziehen. Jetzt habe ich hier einfach so ein richtig krasses Menü. Schaut euch das mal an, was ich hier alles machen kann. Ich kann hier einfach einen Controller einbinden. Ich kann hier einfach selbst so ein Fadenkreuz mir einstellen. Oh mein Gott. Das ist, damit könnt ihr einfach so, in anderen Spielen auch so einen krassen Vorteil haben. Aber für Stammergeist brauchen wir das eigentlich nicht. Aber egal. Und jetzt, Leute, passt auf. Ich kann hier oben jetzt hier so einen Controller aktivieren. Schaut mal. Und dann habe ich quasi hier oben einfach so Pendels, die ich wie so einen Controller benutzen kann. Ich aktiviere das jetzt mal hier. So, und jetzt starten wir direkt mit der nächsten Runde. So, Max, also ich bin jetzt schon in der nächsten Runde drin. Ich habe den nächsten Sieg geholt tatsächlich. Ich habe jetzt schon meinen fünften Sieg geholt. Ach so, du, kann ich wieder spielen, Lon? Wie spielen? Du kannst, natürlich, du musst doch mehr Sieg holen als ich. Du darfst die ganze Zeit spielen. Ach so, ich dachte, du bist irgendwie weggegangen. Nee, ich war nur kurz, ich war kurz auf Klo. Oh. Ja, und du? Hast du, warst du da auf den Toiletten, was ich gesehen habe in den Flug von Kevin, wo das Wasser aus dem Strahl kommt? Äh, nee, nee, ich, äh, nee, ich war ganz normal. Ach so. Ja, und du? Ich nicht. Ach so. Ja, okay. Bist du eigentlich gerade in der Runde? Mhm. Okay, dann, boah, du musst gewinnen, dann meide ich. Lon, ich bin der Beste. Okay, mach das. Ansonsten, ich bin mal ganz kurz gemutet. Ansonsten mal ganz kurz zum Handy, falls ihr auch Bock aufs Handy habt, linken dazu in der Beschreibung. Ansonsten, was ich auch sehr, sehr geil finde, ich könnte vom Ding auch mit Max mal so ein Video machen, wer länger Stumblegeist am Stück spielt, denn dieses Handy hat einen 6000mAh Akku. Das heißt, das hält ewig. Und es hat auch super Charge, das heißt, ich kann es ultra schnell aufladen. Und damit kann ich wirklich auch viel länger zocken, als Max es könnte, weil Max hat ganz bestimmt nicht so ein krasses Handy. Schaut mal, es hat einfach sogar so einen Ventilator da hinten, den man so ein- und ausschalten kann. Haut euch das mal an, was? Das ist so gefühlt, das ist gefühlt ein Hacker-Handy. Digga, das ist so krass. Aber egal, wir ermühten uns erstmal. Sag mal, Max, was ist eigentlich deine Lieblingsmap aktuell, Max? Mh, 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 mit die Blöcke. Ach, Blockdash? Mhm. Tja, äh, meins auch tatsächlich. Wirklich? Ja. Ja. Bist du da auch gut drin? Ja, klar, aber Max, eine andere Frage jetzt mal auf ganz ehrlich. Wie viele Siege hast du jetzt gerade, Max, auf ganz ehrlich? Mh, 50. 50 Siege hast du? Mhm. 50? Hä, das kann gar nicht sein. Und du, Lam? Ähm, äh, äh, ähm, äh, 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 ich hab genau... Digga, Leute, ich hab mal vergessen mitzuzählen. Hat jemand mitgezählt? Scheiße, wie viele Siege hab ich denn? Ich hab gar nicht mitgezählt. Oh, Mann. Ey, Leute, schreibt immer gerne in die Kommentare. Ich bin auch einmal aus der Runde rausgeflogen, glaub ich, ne? Aber, ey, wir werden jetzt einfach die ganze Zeit einfach dann auch gleich am PC nochmal einfach reincheaten, bis zum Gehtnichtmehr. Und dann werden wir das safe so oder so gewinnen. Selbst wenn wir jetzt bisher einfach nur Siege haben, ich zeig euch gleich, wie ich hier durchrate. Ey, ich mach gleich einfach nochmal Bots-Account mit dem Handy. Und dann werden wir da einfach jede Runde gewinnen, Digga. So nix ist es. Aber egal, wir werden mühten uns erstmal schnell. Max, welchemer bist du gerade? Sei mal ganz ehrlich. Lam, du hast gar nicht gesagt, wie viel Siege du hast. Äh, ich hab schon, äh, sieben. Sieben. Achso, ich hab mehr als du. Das stimmt nicht mal. Doch, 500 hab ich. Ne, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Hm, doch. Du, Max, sag mal, ähm, wie viel Speicher hast du auf dem Handy eigentlich? Hä? Ja, du spielst ja gerade auf dem Handy. Wie viel Speicher hast du denn? Das ist das Handy von meinem Bruder. Ja, wie viel Speicher hat das Handy von deinem Bruder? 500. 500? Mhm. Das glaub ich nicht. Warum? Weil ich nämlich 500 hab und meins ist viel besser. Achso. Ha! Welches hast du? Äh, ähm, äh, äh, ich spiel auf dem PC gerade, aber, äh, mein, äh, genau, ja. Achso. Warum? Ich spiel nicht auf dem PC. Ja, 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 ja. Lom? Ja. Ich fahr gerade ein Auto. Okay, läuf ich mir auf der Rutsche. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh. 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 Äh, wusstest du, dass auf einer Rutsche man rutscht, wenn man rutscht? Hm? Ja, ja, genau. Okay. Ey, ich hab aber schon viel mehr Segerst du. No, was heißt das? Weiß auch nicht, aber, ey. Ich bin nochmal gemütet, Leute. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss das Ding noch gewinnen. Das Ding ist halt, ich könnte doch eigentlich 10 Accounts hier gleichzeitig spielen lassen. Das Handy hat 16 GB RAM. Das hat so viel RAM, da kannst du 10 Millionen Spiele gleichzeitig gefühlt spielen. Aber, Leute, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir gleich auf dem PC wechseln, weil auf dem PC kann ich tatsächlich, glaube ich, noch ein, zwei Sachen machen, die ich auf Android nicht machen kann. Das ist von den Mods einfach abhängig. Aber okay, ich mach jetzt hier ganz gut auf dem Handy nochmal hier eine Bot-Lobby auf. Zack. Und dann connecten wir uns mal mit dem PC hier jetzt nochmal, Leute. Die natürlich auch einen nice Skin auswählen hier. Inferno-Dreadner gehen wir kurz hier in die Handy-Gruppe rein. Passt auf. So, und jetzt starten wir das hier. Und jetzt vertraut mir, jetzt rasten wir hier nochmal komplett aus, Junge. So, Max, du kannst dich jetzt anstellen. Du kannst jetzt ein Gurt nehmen. Zack. Noch ein Gurt nehmen. Zack. Und jetzt kannst du zusehen, wie ich dich komplett auseinandernehme. Bist du bereit? Lomm. Ja? Lomm. Ja? Ich bin gerade dritter geworden. Weißt du, warum? Warum? Weil du schlecht bist. Oh, nein, Max, nein, Max. Nein, nicht weinen jetzt, Max. Ey, bitte nicht. Max, weinen jetzt bitte nicht. Max. Hallo. Max, jetzt bitte nicht weinen. Max. Ey, komm schon, bitte, Max. Nein, 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 jetzt bitte weinen jetzt nicht, Max. Komm schon, bitte, Max. Nein. Ähm. Ja. Kannst du mir geben? Was geben? 100 Millionen. Sag mal, zählt das eigentlich auch, wenn ich... Stammel. Zählt das auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich in einer Runde mehrmals gewinne, zählt das auch? Lomm, ich mach jetzt noch eine Runde. Ja, dann mach von mir aus halt noch eine Runde, ist mir jetzt auch egal. Ich geb dir trotzdem einen Po-Boxer. Quatsch. Ähm, weil, weil, weil darum. Das macht gar keinen Sinn, Lomm. Ich hunge... Lass mich mal, ich hab jetzt mit dem Handy auch noch qualifiziert. Schaut mal. Jetzt hab ich mich einmal mit zwei Accounts gleichzeitig, äh, hier qualifiziert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sieg hole, zieh das einfach doppelt. So ein Ding ist das. Haben wir ja schon mal zwei Siege auf einmal gerufen, Digga. So ein Ding ist das. Ja, Max, weißt du, was du aber noch nie geschafft hast? Es ist nämlich möglich, dass man zwei Siege auf einmal holt. Wusstest du das? In eine Runde? Ja. Ja. Wie? In einer Runde zwei Siege. Wie geht das? Äh, äh. Äh, das sag ich dir nicht. Hä? Hast du schon mal ein... ein Eis gegessen? Ja, und du? Mhm. Ja, du auch? Ja. Ähm. Ja, also, ich, ich hab jetzt, ich hab jetzt gleich zwei Siege auf einmal. Hm, stimmt, wirklich. Kannst du mir einen Sieg schenken? Hä, warum soll ich einen Sieg schenken? Was soll ich mir schenken, Max? Bitte. Nein, es geht nicht. Ihr gratis Stammbild. Max, doch mal. Wenn du das heutige Chrombattle gegen mich gewinnst, muss ich mir heute ne Klatze machen. Also, streng dich an jetzt. Machst du wirklich? Ja, ich sag, ich mach wirklich, 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 wirklich sogar. Und du? Schwörst du? Ja, ich schwör, ich schwör, ich schwör. Schwörst du auf Leberwurst? Wenn du gewinnst, schwör ich auf Leberwurst, dass ich mir ne Klatze mach, ja. Okay. Und, aber, aber, wenn, 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 was ist, wenn ich gewinn? Was? Äh, w-w-w-w-was ist, wenn ich gewinn? Ja, wie, w-w-w-was ist, wenn ich gewinn? Was machen wir dann? Lom. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Doch, kann ich. Ich hab's schon fünf und hundert, äh, Siege. Ja. In Stambl. Ja. Und in Brawl auch. Ja, ja. Ja, nee, das ist doch, das ist doch cool eigentlich sogar. Ja. Ja, ja, nee, find ich doch ganz cool. Ja. Ja. Ich find jetzt nochmal gemüse. Ich hab jetzt noch nie Baba-Idee, Leute. In den letzten paar Minuten werden ich jetzt einfach jede Minute so definitiv in die Gruppe machen. So. Mach jetzt hier Hot Wheels rein. Dann scheune ich hier mit dem Red Magic 8 Pro hier in die Gruppe rein nochmal. Passt auf und mach quasi eine Bot Lobby. 4, 2, 2, 5, 7, 8, 7, zack. Und jetzt hab ich quasi alleine eine Gruppe. Starte jetzt. Und jetzt werde ich gleich nochmal ein Cheat aktivieren, dass ich noch schneller fahre. Und jetzt machen wir einfach die letzten Runden einfach alle auf Hot Wheels und holen uns ganz viele Siege. Und was dir so magst, wie war dein Tag heute so, erzähl mal ein bisschen. Lom. Ja. Wo warst du gerade? Ja, ich war doch da. Nein. Doch. Ich hab dich eine Frage gestellt, du hast nicht geantwortet. Äh, da hat's glaube ich gerade ein bisschen rumgeleckt. Ach so. Ja. Ja, das kann passieren bei dir. Hat's da auch rumgeleckt? Max, hör auf zu essen jetzt. Max, du hast keine Chance gegen mich. Weißt du, warum du gar nicht magst gegen mich hast? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Max. Oh mein Gott. Shoot. Was machst du, Lom? Äh. Ich hab einen Sieg geholt. Und du? Lügst du? Nö. Und du? Nein. Jetzt siehst du, dann passt doch. Lom. Ja? Ich bin in dem Finale jetzt drin. Ähm. Ja. Ich auch tatsächlich. Hm. Äh. Und du? Bist im Finale. Ich bin aber auch im Finale. Deswegen bin ich besser als du. Mach das Sinn? Max, kannst du eigentlich auffüllen, die ganze Zeit irgendwas zu schnaubsen? Das macht mich verrückt. Max, hörst du mir eigentlich zu, wenn ich mit dir rede? Max, ist das gerade dein Ernst? Lom. Ja? Wenn ich jetzt nicht gewinne. Ja? Dann geh ich weg. Oh, das ist ja doof jetzt. Ich bin gerade aber der Letzte in der Runde. Ja. Ich bin auch schon im Finale. Ich habe jetzt ein Auto. Ja, okay. Und jetzt fahre ich mit dem Auto. Du fährst erst gerade auf Hot Wheels oder was? Hm. Ich fahre jetzt mit dem Auto. Ja. Wow. Ich hoffe, es ist ein Sieg. Bam. 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 Ich habe den nächsten Sieg und du nicht. Ich habe den nächsten Sieg und du nicht. Max, es sieht echt nicht gut für dich aus, ne? Ach man, du Armer. Was macht man jetzt, Max? Max! Max! Lom, ich muss dir was zeigen. Nein, nein, nein. Nein, was kommt jetzt, Max? Ich zeig dir jetzt ein Video. Du sollst sie holen. Du bekämpft wirksam verschiedene Zeichen der Hautealterung. Der Wissenschaft... Hä? Was? Hallo, hier ist Max. Heute mache ich wieder Bräustars Video. Und ich habe gesehen, es ist der blöde Lomax online. Das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt nicht, okay? Ich gebe jetzt ganz so da, da. Aufrollen. Lomax! Lomax! Kevin, jetzt... Hallo, Max! Max, was sagst du da? Lomax, du musst jetzt leise sein. Jetzt bist du zerstört. Ach, Max, nein. Der Max ist schlecht! Ey, hallo, ich muss... Ich mache das direkt, nicht du. Max, nein! Was macht das aus? Lomax ist ein dummer Kopf. Ich bin besser als Bräustars als er. Er kann nur stammeln und Bräustars ist Max viel besser. Lomax, du Eierkopf, du bist genauso ein Eierkopf wie Kevin. Ich mache dich kaputt auf diesem Beat und danach gehst du Skifahren oder so. Lomax. Lomax lacht es aus. Wenn ich ins Bräustars reinkomme und ich sehe, dass Lomax on ist, dann gehe ich wieder offline. Max! Max, du hast nicht mehr viel Zeit, du bist lieber ein Sieg holen. Max, du bist ein Sieg holen. Lomax, du komischer Spieler. Ich kann viel besser Bräustars als du. In Stammel ärgerst du mich immer. Da machst du immer nur Fliegen und wirfst mich runter. In Bräustars bin ich viel besser. Das weiß auf jeder Spieler. Und jetzt kannst du beginnen, weil ich habe dich zerstört. Tschüss, ich gehe jetzt. Lomax, du hast jetzt verloren. Ich mache immer alle Dishtray kaputt. Max, du musst spielen. Lomax. Hä? Lomax. Lomax, du hast nur noch zwei Minuten. Beeil dich. Max. Lom. Zwei Minuten, ja. Es hat dich in einem Dishtray kaputt gemacht. Nee, nee, das stimmt nicht. Lüge. Das haben auch alle in den Kommentaren geschrieben. Max, sag mal, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann muss ich mir keine Klatze rasieren, sondern ich mache dir deine Augenbrauen ab. Mhm. Was ist das, Augenbrauen? Jetzt tu nicht so dumm. Wahrscheinlich weißt du nicht, was Augenbrauen sind, Max. Äh, und immer. Aber du hast doch nicht gecheatet, Max, oder? Lom, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Aber das ist ja gut. Weil ich habe nämlich auch nicht gecheatet. Du musst ja immer ehrlich spielen, weißt du? Okay. Kannst du mir irgendwann mal zeigen, wie man einmal fliegt in Stammbe? Äh, äh, das geht gar nicht mehr. Das haben die rausgenommen, Max. Ach so. Das geht gar nicht mehr. Ja. Und bei dir so? Wie, was machst du gerade? Vielleicht schon mal bist du, sag mal ehrlich. Da, wo das Ende so der Grüne ist. Hä? Wie, wo Ende Grüne ist? Der Boden. Ich bin jetzt auch gerade wieder im Finale. Ich bin auch im Finale. Ich denke, mein Gegner ist richtig gut, Max. Ich kann gar nichts machen gerade. Max. Ich kann nichts machen, Max. Max, mein Gegner ist viel zu gut für mich. Lamm. Max, es klingelt. Der Timer ist vorbei. Wie viele Siege hast du geschafft? Der Timer klingelt. Es ist vorbei. Jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt musst du mir sagen, wie viele Siege du geschafft hast. Lamm. Ja? Ich hab über 800. Hm. Bestimmt. Das glaub ich auch. Wie viele hast du? Ja, jetzt kommen die Lobbyhunde. Jetzt musst du ehrlich sagen, wie viele Siege du hast, Max. Für die Zuschauer. Die müssen noch ein bisschen wie viele Siege du geschafft hast. Die haben das doch gesehen. 800. Ja, Max, ich komm jetzt. Du musst jetzt einmal den Glatze machen. Nein, ich hab gewollt. Ich hab schon mehr. Hallo. Jetzt komm raus, Max. Ich will jetzt nicht mehr Siege du hast. Warte, ich mach gerade noch den Rutsche. Oh, oh nein. Was? Ist denn in dem Finale? Oh nein, jetzt spielt er noch Finale. Max, ich hab ein Handy, was gleichzeitig ein Controller ist. Ich kann so mit Tasten und so machen sogar. Was machst du? Gar nix. Hab nix gesagt. Wahrscheinlich hast du zufälligerweise genau einen mehr. Sag jetzt ehrlich, wie viele Siege du hast. Hm. Ich hab das vergessen. Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Du denkst auch, ich bin auf den Kopf gefallen, oder? Hm. Weißt du was, Max? Wir wissen alle, dass du verloren hast. Lom, du musst jetzt eine Glatze machen. Was für Glatze? Die Leute schreiben jetzt in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt, wie viele Siege hat Max wirklich. Schreib's in die Kommentare. Und wenn, Max, wenn du geschwindet haben solltest und die Leute was anderes sagen, dann kriegst du in der nächsten Folge eine richtig gute Bestrafung. Die sagen alle 800. Werden wir ja glauben. Leute, schreib's in die Kommentare. Wenn es für dich gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und Max, ich komm bis nächste Woche nach Hause. So mach deine Augenbrauen ab, okay? Nein! Doch!